Hallihallo Leute, willkommen zur ersten Folge von Craft Attack Staffel 6. Ja, ihr habt richtig gehört, ich habe die Einladung bzw. die Möglichkeit bekommen, an Craft Attack teilzunehmen und da das eines der größten deutschen Survival-Projekte, Vanilla Survival-Projekte ist, konnte ich mir die Gelegenheit natürlich nicht entgehen lassen, habe die Einladung dankend angenommen und habe jetzt das Vergnügen hier mit 35 anderen verrückten YouTubern bei Craft Attack Staffel 6 teilzunehmen. Für diejenigen von euch, die sich dafür interessieren, wer alles dabei ist, kann ich nur empfehlen, einmal die Videobeschreibung auszuschecken, dort findet ihr eine Playlist mit allen Teilnehmern und diese Liste kann für euch nachher auch noch hilfreich sein, wenn ihr mir den ein oder anderen guten Vorschlag geben könnt. Wie ihr wisst, gibt es auf meinem Kanal, vor allem für die alten Zuschauer, immer schon Survival-Projekte und auch Survival-Serien, die waren in der Regel bzw. die letzten Jahre die New Reardor-Projekte, dabei hat es sich immer um einen Vanilla-Minecraft-Server gehandelt, Multiplayer-Server, bei dem ich mit verschiedenen internationalen YouTubern zusammengespielt habe und dieser Server, ja, habe ich das letzte Mal im letzten Jahr betreten bzw. in diesem Jahr ungefähr vor einem Jahr, am 12.01. um genau zu sein und seitdem habe ich kein Survival-Minecraft mehr angefasst, nicht die neue 1.13-Version gespielt und auch mir noch nicht mal die neue 1.14 angeschaut. Wie gesagt, das ist jetzt Craft Attack, ein anderes Projekt, auch Vanilla Survival und die Idee hinter diesem Projekt ist es, eigentlich einfach eine schöne Welt zu haben, eine schöne Spielzeit mit anderen Leuten zu haben und hier gemeinsam einiges zu erkunden. Da ich selber das Ganze natürlich nicht so gut beschreiben kann, würde ich sagen, lasse ich mal Spark einmal den Vortritt. Der hat das Ganze, als wir vorhin zusammen aufgenommen haben, einmal kurz, knackig und lustig beschrieben. Naja, Craft Attack ist halt Chaos. Wir spielen Vanilla in der Map, bauen zusammen eine Stadt und eskalieren komplett. Jeder kann machen und bauen, was er will und was halt am Ende rauskommt, das kommt halt raus. Das lösen wir vorher auch nicht. Und das ist eigentlich schon alles, was man wissen muss. Und dieses Mal haben wir halt jetzt eigentlich geplant, 1.14 zu machen, sind aber jetzt in 1.13 geblieben, weil es nicht ganz klappt. Generell versuchen wir neue Features zu machen. Wir hatten auch schon Craft Attack, wo wir in Snapshots gespielt hatten, wo was Neues dazu kam. Und das war auch mal ganz interessant. Ja, wie ihr gerade von Spark hören konntet, hört sich das Ganze ziemlich lustig und aufregend an. Ist mal was anderes, als auf dieses Super-Effiziente zu gehen. Und genau so möchte ich das Projekt mit euch zusammen angehen. Wie bereits Spark gerade erwähnt hat, befindet sich das Projekt, oder sollte sich das Projekt eigentlich in der 1.14 befinden. Das ist nicht der Fall. Die 1.14 läuft noch nicht so stabil, dass man das Ganze hier mit mehreren Spielern gescheit zusammenspielen kann. Sobald aber der erste stabile Snapshot rauskommt, wird Craft Attack auch hier dann auf die 1.14 geupdated. Ja, ihr seht schon, wir befinden uns auch hier nicht in einer normalen Welt, sondern, wie sicherlich die meisten von euch wissen, wird Craft Attack immer in der Amplified-Welt gespielt. Und genau so sieht diese aus. Joe und ich haben uns in dieser Season zusammengetan. Wir werden zusammen eine Base gestalten, zusammen die Welt erkunden und sicherlich viele Abenteuer erleben. Und dazu haben wir uns schon einiges überlegt, was man so gestalten kann und was man so anstellen kann. Das Ganze werde ich jetzt noch nicht verraten. Das werden wir Joe und ich in der nächsten Folge oder übernächsten Folge zusammen machen. Denn diese Folge soll euch erstmal nur den ersten Einblick geben und euch vielleicht schon bei ein, zwei Kleinigkeiten mitnehmen, die wir hier zusammen gestalten können. Die erste Sache, die ich euch verraten kann, ist, dass hier vorne die Mitte die Spawn-Insel ist. Auf diese kann man nachher per Teleport wieder hochkommen von der Mitte, die ihr hier vorne sehen könnt. Und wenn man oben ist, hat man dann die Möglichkeit runterzuspringen. Bevor ich euch aber jetzt gleich die ersten Schritte zeige, die wir hier bei uns machen wollen, möchte ich euch noch einmal die Begrüßung zeigen. Denn wie die meisten von euch sicherlich wissen, ist Craft Attack ein sehr chaotisches Event. Vor allem zu Beginn. Hallihallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Wir haben eine neue Staffel von Craft Attack 6. Hallihallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Oh, willkommen zu Craft Attack. Mit dabei sind, okay, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Hallo, ich... Wie ihr sehen könnt, geht's hier ziemlich zur Sache. Und da ihr euch mit den deutschen YouTubern sicherlich besser auskennt, als ich das tue, brauche ich jetzt zu Beginn unter dieser Folge einmal ein paar Ratschläge und Tipps von euch, auf welche Spieler ich vielleicht irgendwie besonders achten sollte, welche ziemlich chaotisch sind, welche Spieler wir vielleicht bei irgendwelchen Redstone-Projekten unterstützen wollen und mit welchen Spielern ihr euch Videos wünscht, die man vielleicht bei einer oder zwei Folgen mit ins Boot nehmen kann und mit den Projekten erledigt. Mich würde es, wie gesagt, freuen, wenn ihr mir mal so erzählt, was man bei Craft Attack auf jeden Fall machen solltet, mit welchen Spielern was machen sollte, mit welchen Spielern ich was machen sollte und mit welchen Spielern lieber nicht. Da ihr die Experten seid, ihr sicherlich auch die ganzen anderen Staffeln kennt, lasst mich das auf jeden Fall einmal in den Kommentaren wissen. Und wie ihr seht, war ich seit dem Beginn hier schon aktiv. Ich wollte euch den ganzen langweiligen Anfang ersparen, los ging's für uns aber im Grunde genommen damit, dass wir hier oben runtergesprungen sind. Man bekommt eine Einweg-Elytra, die dann, sobald man das erste Mal den Boden berührt, verschwindet und mit dieser haben wir uns einen Platz ausgesucht. Die Idee ist es, dass nachher hier um den Spawn, das ist ungefähr wie eine riesengroße Bucht, nachher ringsherum überall verschiedene kleine Basen und Häuser entstehen, hier also eine große Spawnstadt ist und genau deshalb haben wir uns hier schon einen Startpunkt rausgesucht. Wie bereits erwähnt, bin ich mit JoCraft zusammen und wir haben uns hier, ja westlich vom Spawn sollte das sein, einmal eine kleine untere Bucht ausgesucht, wo wir unsere Basis und unser zukünftiges Projekt hier gestalten werden. Das Ganze ist hier unten in dieser Bucht angelegt und oben drüber wird sich Spark ansiedeln, mit dem wir auch schon am Anfang hier zu Beginn ein wenig aufgenommen haben. Die Idee hier hinter ist, dass wir nachher hier vorne einen kleinen sichtbaren Bereich bauen. Die ganze Technik und alles, was weitere kommen wird, was natürlich auch hier hauptsächlich bei uns mit Redstone zu tun haben wird, wird dann im Berg stattfinden und optisch von außen dann gut verkleidet sein. Zusätzlich dazu haben wir uns hier nochmal diese kleine Insel reserviert. Das Projekt erwähne ich aber, wie gesagt, erst in einer späteren Folge, denn auch damit haben wir etwas vor. Ich möchte euch natürlich jetzt noch einmal kurz ein paar Sachen sagen, wie es hier weitergehen soll, damit ihr Bescheid wisst, was euch hier zu diesem Projekt auf meinem Kanal erwartet. Bei mir sieht es aktuell so aus, dass ich noch bis diesen Freitag, das sind also für euch jetzt noch fünf Tage, wenn ihr diese Folge seht, in der Uni aktiv bin. Danach habe auch ich Ferien und verdammt viel Zeit. Das Minecraft-Projekt Craft Attack ist immer ein sehr begrenzter Zeitraum, wo das interessant und auch aktiv genutzt wird von den meisten Usern. Dementsprechend möchte ich das Projekt auch am Anfang viel nutzen, viele Folgen herausbringen und vor allem auch mal wieder Livestream. Das heißt für euch, ihr könnt euch darauf einstellen, dass ab Freitag an ungefähr täglich, bis ich versuche es täglich, Folgen rauskommen und zusätzlich dazu wird es noch zusätzliche Livestreams geben, wo wir hier die Welt erkunden, Projekte machen und auch mit anderen YouTubern zusammenarbeiten. Das ist so der Plan, der jetzt erstmal so ansteht. Wenn ihr da Ideen, Tipps habt, was wir unbedingt machen sollen, dann lasst mich das in den Kommentaren auf jeden Fall wissen. Ich bin wie gesagt das erste Mal dabei und würde mich super freuen, wenn ihr mich bei dem Projekt unterstützt, Leute anschreibt, mit denen wir was zusammen machen sollen oder mir auch einfach Vorschläge gibt, was wir hier so gestalten sollen. 35 Spieler sind dabei, das heißt es passiert hier einiges. Wenn ihr irgendwas Cooles sieht, was wir uns unbedingt anschauen sollen, dann lasst es mich wie gesagt in den Kommentaren wissen. Ja, wie gesagt, von Beginn an sind wir hier runtergesprungen, hier rüber geflogen, haben uns die Base geholt und dann ging es für mich hier unten in die Höhle rein, die wir gebaut haben. Den ganzen langweiligen Part habe ich mal übersprungen. Wir waren aktiv, haben die ersten Diamanten gefunden, Redstone, Eisen gefunden, das Ganze eingeschmolzen und weiter sind wir im Grunde genommen auch noch nicht gekommen. Der erste Schwung an Spielern ist jetzt hier schon vom Server runter und wir sind jetzt dann hier für mich in der ersten ruhigen Aufnahmesession, wo man hier jetzt mal ein bisschen Ruhe und Gedanken hat, die ersten Sachen zu erledigen. Die Folge will ich natürlich nicht ungenutzt lassen. Ihr habt jetzt eine Menge an Informationen bekommen und was jetzt dazu noch kommen soll, sind die ersten Sachen, die in jede Minecraft-Welt gehören. Ihr wisst, ich bin eher der technische Spieler, der viel mit Farm zu tun hat und die auch gerne baut und genauso möchte ich die Season gestalten. Ich möchte hier kein Chaot werden, sondern eher versuchen, hier den technischen Fokus zu setzen und ein geiles Survival-Projekt hinzulegen, wo man möglichst viel erreicht hat, zumindest aus Redstone-technischer und aus farmtechnischer Sicht. Das heißt für uns, wir müssen im ersten Schritt sicherstellen, dass die Nahrungsmittelversorgung stimmt. Ich bin schon einmal wegen Hunger gestorben und da wir hier auf dem Hard-Modus spielen, ist es auf jeden Fall sinnvoll, Essen zu haben. Wie kann man Essen in einer Survival-Welt am besten sicherstellen? Am Anfang, das ist meiner Meinung nach ganz klar mit einer schicken Farm zu gewährleisten und genau diese möchte ich mit euch in dieser Folge bauen. Anwerfen können wir die wahrscheinlich noch nicht, das dauert ein bisschen zu lange, aber zuerst wollen wir dafür auf jeden Fall die Grundlagen legen und zwar indem wir eine Eierfarm bauen. Zusätzlich dazu wird es hier vor allem zu Beginn darum gehen, möglichst schnell gutes Equipment zu kriegen, damit man in den anderen Folgen vorankommt und auch dafür haben wir schon die ein oder andere Kleinigkeit vorbereitet. Und zwar ist die einfachste Möglichkeit, im AFK-Modus hier auf dem Server zu bleiben und eine Fischfarm zu betreiben, die dafür sorgt, dass man coole Tools angeln kann und vor allem verzauberte Bücher angelt, die man dann auf Equipment legen kann. Hier seht ihr schon so die Ausbeute, die wir haben und mit den Sachen, die wir jetzt hier gefarmt haben, wollen wir wie gesagt zwei Fischfarm bauen, dass Joe und ich hier im AFK-Modus fischen können, und gleichzeitig sollen wir heute in dieser Folge schon mal eine Eierfarm bauen, sodass wir dann auch in der nächsten Folge zusammen dann spätestens die Chickenfarm am Laufen haben und somit dann auf jeden Fall eine ausreichende Essensversorgung sichergestellt haben. Ich suche mal die Materialien jetzt zuallererst kurz für unsere Hühnerfarm beziehungsweise Eierfarm zusammen und dann bauen wir zusammen einmal kurz eine ganz simple Fischfarm auf, die man sicherlich zu Beginn jeder Survival-Welt bauen sollte. Los geht's mit der Eierversorgung, denn wir brauchen einige Eier für die Chickenfarm, damit die nachher läuft. Wir wollen nachher ungefähr 24 Chicken in jede Farm tun. So laufen die Farmen, ohne dass irgendwelche Hühner rausglitschen können und dafür brauchen wir erstmal Eier. Wir haben jetzt schon mal zwischen den Folgen fleißig gesammelt oder bis zur ersten Folge jetzt fleißig gesammelt. Wir haben genau 16 Eier, wenn ich mich nicht vertue. Ja, 16 Eier und aus denen wollen wir jetzt möglichst viele neue Eier bekommen. Das heißt, ihr müsst gleich mal mit mir zusammen ein bisschen die Daumen drücken, aber zuallererst müssen wir einmal eine kleine Station bauen, wo nachher die Hühner sich farmen werden, beziehungsweise die Babyhühner dann aufwachsen, mit diese nachher neue Eier legen. Um die Eier aufzusammeln, machen wir das ganz einfach mit einem Hopper. Den lassen wir hier in eine Kiste zeigen und jetzt setzen wir zack hier einmal symbolisch. Ich hoffe, dass das jetzt hier so ohne Probleme klappt. Warten wir mal ab. Hier die Teile hin. Was passiert, wenn wir den abbauen? Gucken wir mal. Ja, bleibt bestehen. Das heißt, wir können es hier machen. Wir bauen jetzt hier mal einen kleinen Käfig für die Hühner, die wir hier reintun und die sollten dann einfach Eier legen, die wir dann nachher zum Befüllen unserer späteren Chicken Farm benötigen. Das heißt, wir nehmen jetzt hier unsere Eier, drücken die Daumen, dass hier überhaupt ein Huhn rauswächst. Hier ist keins rausgekommen. Gucken wir mal, wie es jetzt aussieht. Nein, 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 nein. Oh, zack. Jetzt haben wir das erste Hühnchen. Ist natürlich jetzt nicht hier richtig reingeglitscht. Schieben wir mal hier hin, sodass es nicht rausbrechen kann. Und jetzt gucken wir mal, ob ein zweites Hühnchen dazukommt. Jetzt hatten wir Glück. Gucken wir mal, ob noch ein drittes dazukommt. Und ansonsten werden diese Hühner in, ja, zwei Stück sind jetzt geworden, dann 20 Minuten auswachsen und dann, glaube ich, irgendwie alle vier, fünf Minuten Eier legen. Und diese Eier werden wir dann selber wieder farben und dann für die nächste Folge für die Chicken Farm benutzen. Was wir im nächsten Schritt bauen wollen und bauen müssen, sind die Fishing Farm. Wie gesagt, vorhin schon, sind die super, super elementar und wichtig, die Fishing Farm. Und zwar kann man damit verzauberte Bücher angeln und auch noch gute, andere, nützliche Tools und vor allem bessere Angeln, um diese Effizienz dieser Fishing Farm zu steigern. Wir bauen zwei Stücken, sodass Josef und ich die beide auch nutzen können. Und was wichtig zumindest für uns ist, dass diese Chicken, diese Farmbereiche nicht betreten werden können. Die Farmen werden im AFK-Modus benutzt. Das heißt, dass am besten hier kein Monster reinkommt, kein anderer Spieler reinkommt. Denn ansonsten kann es schnell passieren, dass der den Spieler verschiebt und dann die Fischfarm nicht mehr läuft. Das seht ihr nachher warum. Der Spieler muss dann nämlich wirklich perfekt auf der Position stehen. Zusätzlich muss dazu, das ist auch noch ganz, ganz wichtig, muss diese Fishing Farm Zugang zu Tageslicht über der Wasserquelle haben, die wir nachher bauen. Der Grund dafür ist eigentlich recht einfach. Und zwar ist dann einfach die Effizienz höher, wenn beim Angeln sozusagen das Wasser Zugang zu Tageslicht hat. Ich werde jetzt hier mal eine kleine Kammer aushöhlen, in der wir nachher die zwei Fischfarm gemeinsam aufbauen werden. Dann bauen wir hier eine Tür hin, sodass hier niemand aus Versehen reinkommt. Und dann stellen wir da nochmal ein Schild auf, damit jeder Bescheid weiß, dass wenn wir hier im AFK-Modus sind, das dann bitte nicht gestört werden soll und auch der Spieler nicht verschoben werden soll. Gut, wie gesagt, ich hebe jetzt den Raum aus und dann bauen wir die Fischfarm. So, der liebe Josef ist jetzt auch dazu gestoßen. Wir wollen jetzt mal die Fischfarm bauen und dann kann ich dir auch mal erklären, wie die funktioniert. Du kennst das nämlich noch nicht, ne? Unbedingt. Unbedingt. Wir haben jetzt hier schon mal die Glasschächte gebaut, um die Effizienz zu erhöhen, also über den Wasserquellen. Das heißt, das Wasser muss jetzt hier vorne sein, wo ich stehe. Und wir benutzen ganz einfach jetzt hier die Wassermechanik aus. Das Wasser sucht den Weg nach unten. Das heißt, wir können hier ein Wasser hinsetzen und hier vorne ein Wasser hinsetzen und sehen, das fließt jetzt hier in den Löchern und die Wasserquelle hat Zugang zu Tageslicht. Diese Blöcke, die hier unten drunter sind, die können wir einmal noch entfernen. Das kann ich dann einmal hier, äh, Josef zeigen. Genau. Kann Spark mal sagen, dass es nicht die Aufzüge sind, sondern nur Lichtschächte, die nur temporär sind für die Fischfarm. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Wir wollen hier nichts kaputt machen. Die werden wir auch irgendwann in späteren Folgen dann an eine andere Stelle setzen. Das ist jetzt erstmal nur zu Beginn. Und zwar genau. Hier wollen wir jetzt natürlich die Sachen nachher aufsammeln. Das heißt hier und hier lassen wir einmal mit Schiff-Klick Hopper hinzeigen und diese Hopper, äh, 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 zeigen natürlich dann in den Kisten, dass die Sachen auch im AFK-Modus aufgesammelt werden und hier können wir dann theoretisch nachher nach unten eine Treppe entlang führen und weitere Kisten mit Hoppern anschließen. Das machen wir jetzt aber erstmal nicht, weil wir haben erstens gar nicht so viel Eisen für die Hopper und zweitens sollte die Kiste zu Beginn auch erstmal reichen. Okay, warte mal. Das ist auch eine neue Mechanik, die ich noch nicht kann. 1.13 hab ich ja wie gesagt noch nicht im Survival gespielt. Wie verbinden sich die Kisten? Weißt du das? Äh, Shift gedrückt halten. Also Shift! Shift gedrückt halten. Ich halte hier schon. Und auch die Kiste an die Kiste, an die Kiste dran. Hab ich? Also an die Kiste dran warten. Nein, 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 an die andere Kiste dran wollen. Nee, dann, doch. Shift und an die andere Kiste dran. Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Oder muss die auch seitwärts ausgerichtet sein? Ah, die muss auch seitwärts ausgerichtet sein. Jaja, das ist jetzt neu. Das ist ein bisschen... Okay, gut. Das macht Sinn. So, hier kann man nachher dann draufstehen zum Angeln. Und damit jetzt die Mechanik funktioniert, benutzen wir die Fischwarm, die ich mal vorgestellt hab vor einiger Zeit. Das heißt, hier kommen zwei Notblöcke hin. Auf die Notblöcke kommen zwei temporäre Blöcke, ja. Und es gibt einen coolen Beat. Der kann natürlich ein bisschen störend sein, aber im AFK-Modus juckt's wahrscheinlich sowieso keinen. Und hier sind jetzt Trapdoors. Jetzt müssen wir hier ins Wasser einmal Holzzaunpfähle tun. Die hab ich natürlich noch nicht vorbereitet, weil ich natürlich so fleißig bin. Wie baut man die denn? So baut man die. Zack, das passt schon. Wenn du die jetzt reinsetzt, geht das Wasser doch aus, oder? Ah, nee, wir müssen das Wasser nochmal neu setzen, hast du recht. Aber das Wasser kann... Warte mal, zack. Wird trotz allem... In dem Zaun drin sein, genau. Genau, zack, zack. Waterlogging heißt das, glaube ich. Waterlogging. So, und dann sieht das Ganze jetzt so aus. Damit nachher hier die Trapdoor aktiviert wird, kommt hier rauf und hier rauf einmal eine Iron Plate und ich hoffe, dass es jetzt passt. Ich hab schon mal hier eine Angel. Gib mal auch mal eine? Oder also... Genau, ich hab zwei Stück gemacht. Alles gut, ich hatte noch extra Spinnen gekillt und man stellt sich jetzt hier so hin, nicht, dass man ins Wasser kommt, sondern möglichst dann nach vorne und zielt auf den obersten Rand der Druckplatte, sodass man dann sozusagen die linke Maus, äh, die rechte Maus, dass du gedrückt hält und weiter angelt. Ihr seht, die angelt, die angelt, die angelt. Jetzt am Anfang ist das Ganze noch nicht so affektiv, aber man sieht dann, dass man nach einer gewissen Zeit, wenn man dann auch eine bessere Angel mit höheren Verzauberungen hat, man hier Fische kriegt und die Sachen werden dann vom Trichter aufgesammelt und landen dann hier in der Kiste. Das Ganze kann man dann im AFK-Modus betreiben und mit etwas Glück erangelt man sich dann eine Angel mit Mending und mit weiteren Luck of the Sea Lure-Verzauberung und so, weil man auch XP durchs Angeln kriegt, kann man dann hier unendlich lange angeln, so wie der Joe das jetzt hier auch macht und dann wird sich das Ganze hier automatisch updaten und so sammelt man dann die Sachen. Ihr seht, innerhalb von dieser kurzen Zeit haben wir schon zwei Fische geangelt und so werden dann auch verzauberte Bücher, verzauberte andere Gegenstände, aber am wichtigsten halt Bücher hinzukommen, die wir dann auf unsere Tools machen können und diese ganze Farmtechnik können wir dann im AFK-Modus betreiben und dank des Mandings auf der Angel wird sich das Ganze wieder selber reparieren und dann theoretisch schon endlich lange funktionieren und ihr seht, hach, du hast Schuhe geangelt. Ich schicke neue Schuhe. Ganz, ganz frisch, frisch aus dem Ascher gefischt. Und dank dieser Technik kann man dann im AFK-Modus vor allem zu Beginn sehr, sehr gut dann halt Sachen farmen, wenn man gerade mal nicht am PC ist und das wird bei uns halt sicherlich an einigen Stellen der Fall sein, wo man das dann mal einfach fünf, sechs Stunden laufen lassen kann und somit ziemlich gute Tools zu Beginn kriegt. Und die wichtigste Waffe, eine Gummiband am Schreibtisch, das ich auch gleich nutzen werde. Genau, du kannst auch dann die rechte Maustaste auf die Null auf der Tastatur tun. Ich mache das bei mir, dass ich dann mal ein Stück Papier zwischen die Tastenklamme, dann wird die runtergedrückt. Da gibt es verschiedene Methoden oder wenn du Makros hast auf der Tastatur, kannst du es auch machen. Und ja, wie gesagt, das sind jetzt mal so die beiden Farmen, die wir am Anfang haben. Hier werden wir von den Hühnern Eier kriegen, die schmeißen wir dann wieder rein und dann werden wir da in der nächsten Folge die Nahrungsmittelversorgung mit den Hühnern sicherstellen. Und während wir hier im AFK-Modus sind, legen die Hühner da vorne auch weiterhin Eier. So, das heißt, wir haben einiges geschafft. Ihr habt erfahren, worum es überhaupt im Craft-Attack geht, welche Ausrichtung wir ungefähr so haben wollen, was so passieren wird. Und ich denke mal, dann am Dienstag wird es hier die nächste Folge geben, wo es dann hier effektiv weitergeht. Ich bedanke mich, ich freue mich mit euch, die nächste Zeit hier die Aufnahmen verbringen zu können und eure Kommentare zu lesen während dieses Projekt ist. Und bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen und wir sehen uns dann am nächsten Dienstag zur nächsten Folge Craft-Attack. Ciao, ciao Leute. Ciao.